Die Prozesse in der Logistik sind schnellliebig und ändern sich rasch. Das erfordert mehr Flexibilität und Flurfreiheit im Lager. Unsere Lösung für flexible Palettentransporte – Open Shuttle Fork. Aufgaben werden intelligent über das Keysoft Flottenkontrollsystem verteilt. Schmale Gänge oder Bereiche mit Menschen und anderen Fahrzeugen sind kein Problem für das Open Shuttle Fork. Sind gerade keine Aufträge vorhanden, nutzt es die Zeit zum Aufladen. Wenn sich Prozesse, die Umgebung oder die Anforderungen ändern, ist das kein Problem. Das smarte Keysoft Flottenkontrollsystem ermöglicht einfache Anpassungen durch den Benutzer. Automatische und manuelle Fahrzeuge können in das System eingebunden werden. Das Open Shuttle Fork verbindet unterschiedliche Orte im Lager miteinander. Es verknüpft zum Beispiel den Wareneingang mit dem Lager, übergibt Waren an automatisierte Systeme, versorgt Arbeitsplätze oder ist die flexible Schnittstelle zwischen Verpackung und Versand. Das flexible Open Shuttle Fork benötigt keine Infrastruktur wie Linien oder Lichtschranken zur Navigation. Dadurch ist die Integration in bestehende Umgebungen sehr einfach. Wege bleiben frei von statischer Fördertechnik und dank der Skalierbarkeit können Kapazitäten schnell erweitert werden. Der autonome, mobile Roboter transportiert unterschiedliche Ladungsträger mit einem Gewicht von bis zu 1300 kg. Zum Beispiel Europaletten, Industrie- und Halbpaletten oder Sonderladungsträger. Das besondere Design des Fahrzeuges ermöglicht ein seitliches Verfahren und Drehen am Stand. Damit ist ein besonders platzsparender Einsatz möglich. Mit dem elektrischen Hub kann das Open Shuttle Fork Ladungen aus unterschiedlichen Höhen aufnehmen und abgeben. Smarte Technologien sorgen für einen flexiblen und sicheren Einsatz im Lager. Dank 3D-Hinderniskameras und Sicherheitsscannern erkennt das Open Shuttle Fork Hindernisse in verschiedenen Ebenen und reagiert. Open Shuttle Fork – die neue Flexibilität. Open Shuttle Fork-Lashmeticameras – die neue Flexibilität. Open Shuttle Fork Untertitelung des ZDF, 2020